So, willkommen zurück. Wir sind gerade eben dabei, einen Fall Seed zu legen. Ähm, ja, hm. Wow, aua. Pupsnitter, Alter. Auf jeden Fall, äh, ziemlich niedlich. Hätte ich jetzt nichts, äh, mit gerechnet, muss ich es offenerlich zu geben. Okay, wir versuchen es mal mit einem so viel interessanteren Schlamm. Au. Ist das doch Blödsinn, was ich hier veranstalte. So, wir hängen uns jetzt gegenseitig hoch und dann probieren wir mal, was dagegen ist anzuspringen hier. Da haben wir eben kaum noch Schaden ausgeteilt, das geht ja wohl voll nicht an. Mann, 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 du. So, äh, nein, vollziehen, meine Schlamm ist es ja nicht mehr wirklich. So. Ich werde noch Zeit, dass wir hier wieder ein paar Gegenschläge veranstalten. Na, komm, jawohl, Schock. Hm. Was mir jetzt erst aufzählt? Coole Kampfmusik. Ja, jawohl. Ha, wow. Na komm, dich zermöbeln, äh, zermöbeln, was. Also ein echt hässlicher Fallziel, muss man sagen. Aber das war toll, ich meine. Wow, in so einer Sprache, das hört sich nicht gut an. Ich weiß nicht, dass ich da noch ein bisschen Heilung mit drauf habe. Wow. Fragt mich nicht, wieso ich hier immer so spektisch auf Heilung wechsle, aber ich dachte, ist mir ein bisschen sicherer, wenn ich das so mache. Komm, der ist gleich im Shot. Ja, jetzt ist er. Jetzt macht man ein bisschen Schaden auf den. Na, dann müssen wir auch noch mal ein bisschen heilen. So, und vielleicht wieder drauf da. Das ist schön für dich, dass du diesen Kram machst. Aber es geht mir gerade so offen, so am Hintern vorbei. Echt, aber das ist ein Tuses-Tot-Age, so eine hüterlistige Tuses. Hahaha. Geht denn da jetzt gerade ab? Zompen sollte vielleicht mal Fangen heilen. Ja, was habe ich gesagt? So, da schaue ich doch erst mal ein bisschen gegen. Bevor jetzt hier wieder alles auf Faden geht. Boah, wenn die von den Mädels und Paolo da drauf, Pader Bang und was noch alles, BAM, ins Gesicht und voll aus dem Bild getreten. Au. Batsch. Batsch. Da werde ich auf jeden Fall mal abwarten. Wow, ein langer Kampf. Aber auf jeden Fall interessanter als die wir als letztes gesehen haben. Oh. Aber das ist eigentlich genau die richtige. Ich würde schon mal auf dem nichts machen. Ich glaube ich. Ich habe gerade eben gar nicht so richtig zu planen, ob das was ich denn mache, ob es richtig ist. Wow. Schnell 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 heilen bitte. Wow. Habt ihr das gesehen? Ich hatte fast gar keine Lebenspunkte mehr. Danke. Wow. So wir müssen gleich hier mal ein bisschen mehr Schadenfuckersachen glaube ich. Ich würde mal unter anderem versuchen wieder einen Schock zu bringen. Na komm. Oh, 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 oh. Fuck, das klingt ja mal gar nicht. Nein, das ist ja so gemein. Oder wollen wir mal beschwören, aber ich habe gar nicht mehr die nötigen Metafehlkarten. Und weiter geht's, jetzt haben wir es glaube ich ein bisschen geregelt, da drauf zu kommen. Na komm. Jetzt muss da mal ein bisschen mehr hinterhecken. Kranker Scheiß, also wir müssen jetzt immer noch den Kampf teilen, glaube ich, in die nächste Runde. Wow, alter Schwede. Na gut, wir machen hier nochmal eine Pause. Bis gleich.